Hallo meine Lieben, heute schauen wir uns endlich die letzte Detektiv-Conan-Box der alten deutschen Folgen an. Wir haben es endlich geschafft, dass bald die neuen deutschen Folgen auf DVD erscheinen. Und dass wir endlich die alten deutschen Folgen alle auf DVD haben. So, dann schauen wir uns mal die hübsche Box 12 an. Wir haben die Episoden 308 bis 333. Das sind genau die Folgen, die ich noch schauen muss, um mit den alten deutschen Folgen fertig zu sein, weil ich ja nochmal von vorne angefangen hatte. So, unsere technischen Daten. Wir bekommen eine deutsche Synchro. Das Ganze geht 650 Minuten, Format 4 zu 3. Und wir bekommen einen Episodenguide, wie immer dazu. So, dann schauen wir gleich hier rein. So, hier haben wir unsere eine Seite von der Innenbox. Hier nochmal das Cover. FSK-Logo ist wie immer aufgedruckt, leider. So, dann schauen wir uns den Episodenguide an. Erstmal mit einem schönen Bild. Und dann geht's los. So, nochmal ein Motiv. Und dann war das schon unser Episodenguide. Hier haben wir wie immer unseren Schriftzug nochmal. Und dann haben wir natürlich unsere Scheiben. So, hier haben wir Nummer 1. Und dann geht es natürlich weiter mit Nummer 2. Die Motive sind, ja, leider immer noch nicht besser geworden. Das sind immer noch komische Motive, aber naja. So. Ich bin dann echt mal gespannt auf die neuen deutschen Folgen. Ich habe nämlich noch gar keine geschaut. Und noch unsere letzte Scheibe. Ich hoffe echt, wir bekommen dann schönere Motive und nicht immer so einzelne Szenen. Das ist nämlich echt, ja, ein bisschen komisch. So, dann scrollen wir die nochmal durch von außen. So, das war sie nochmal von außen. Und ja, dann haben wir das geschafft. Ich habe leider gar nicht den Termin parat, aber ich glaube, der wurde schon bekannt gegeben. Guckt gerade auf jeden Fall bei Kaze im Online-Shop vorbei. Da gibt es ja Prozente auch auf die Vorbestellungen für April. Wenn da jetzt überhaupt noch was rauskommt durch die ganzen Verschiebungen. Aber auf jeden Fall gibt es Prozente. Ich glaube, 14 oder 15 Prozent. Also schlagt dazu, wenn euch noch was fehlt und ihr gerade Geld habt. Ich kann jetzt erstmal wieder Detektiv Conan irgendwann schauen. Wir haben ja gerade alle genug Zeit, ne? Ja, dann bin ich dann auch wieder aktuell. Freue mich auf die neuen Folgen. Und ja, viel mehr kann ich euch gar nicht sagen. Dann sind wir hier fertig. Auf jeden Fall auch eine schöne Box. Ich bin dann echt mal gespannt auf die neuen Cover. Wie das so wird. Vor allem dann auch ganz, ganz spät. Das liegt ja noch in ganz, ganz weiter Zukunft. Wenn dann der Zeichenstil nochmal ein bisschen geändert wird. Aber das liegt natürlich in ferner, ferner Zukunft noch für uns. Also da müssen wir wahrscheinlich noch ganz schön lange warten. Aber ja, auf jeden Fall sind wir jetzt fertig mit den ersten zwölf Boxen. Wir freuen uns auf Box 13. Was dann endlich mal so etwas ist wie etwas Historisches hier. Wie lange haben wir drauf gewartet? Unglaublich. Ja, und dann sind wir hier fertig. Vielen Dank, meine Lieben, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.